Herzlich Willkommen bei IP44. Heute stelle ich Ihnen unsere neue Akkuleuchte LIX vor. Entworfen und entwickelt haben wir sie zusammen mit dem Hamburger Designer Klaus Nolting. LIX ist der ideale Begleiter für alle Outdoor Living Bereiche. Gefertigt ist sie aus reinem Aluminium. Verbunden ist der obere und der untere Part durch einen seidenmatten, transluzenten Polycarbonatschirm. Der innenliegende rotationssymmetrische Reflektor gewährleistet in jeder Dimmstufe ein absolut homogenes, blendfreies und breitflächiges Licht auf dem Tisch. Auf der Unterseite der Leuchte befindet sich der USB-C-Port. Für den Ladevorgang einfach den Silikondot auf die Seite stecken und das mitgelieferte Flachkabel einstecken und an der seitlichen Öffnung ausführen. So verliert LIX auch während des Ladevorgangs nicht an Ästhetik. Nach dem Ladevorgang den Silikondot bitte wieder auf den USB-C-Port stecken, um die Schutzklasse IP54 zu gewährleisten. Ausgestattet ist LIX mit einem im Kopf befindlichen dreistufigen Touchstimmer. Die maximale Lichtleistung beträgt 3,2 Watt bei einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin. Die Brenndauer beträgt je nach Dimmstufe somit 6 bis 24 Stunden. Erhältlich ist die LIX in den vier neuen Farben Pearl White, True Gold, Bright Bronze und Jet Black. Ganz besonders freut uns natürlich, dass die neue Leuchte auch schon mit den Designpreisen Red Dot und Designplus ausgezeichnet wurde.